Und heute dachte ich mir mal, spreche ich mal über das neue Rammstein Video Radio. Ich muss sagen, ich finde es saugeil. Schon der Text, also der Refrain, mein Radio, so höre ich, was ich nicht sehe. Fast doch super. Und was mir am meisten gut gefällt, es ist schwarz-weiß. Es ist mal ein richtiges geiles schwarz-weiß Video von Rammstein. Nicht so wie Deutschland provozierend, aber doch interessant. Und ich bin so froh, dass ich die Premiere miterlebt habe. Und was ich am meisten geil finde, dass da die Jungs einfach total abrocken. Die rocken da total ab. Das gefällt mir wirklich sehr gut. Ja, wie immer, geiler Beat. Also man kann da wirklich den Kopf mitnicken. Ich finde es geil, wie Till am Mikro wieder sowas von abgeht. Flake mit seinem Keyboard, das passt perfekt. Also ich freue mich echt, wenn das neue Album endlich mal rauskommt. Weil die zwei Lieder sind ja schon der Hammer, der Wahnsinn. Also ich freue mich, dass nach 10 Jahren zwei super, super geile Videos rausgekommen sind. Und ihr könnt mir einen Kommentar da lassen, ob euch das Video gefallen hat. Ich würde sagen, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.